Musik Dies hier ist ein Rosenkranz, so wie ihn manche Katholiken bis heute täglich bei sich tragen. Manchmal sieht man auch Moslems mit einer Perlenkette spielen. Spielen ist aber zu viel gesagt, denn sowohl Katholiken als auch Moslems, die solche Ketten benutzen, die nehmen die, um wichtige Traditionen, wichtige Gebete immer wieder zu wiederholen und damit sie die auch immer präsent haben bei sich, so wie man eine Kette bei sich haben kann. Und in unseren heutigen individualisierten Zeiten fehlt das so manchem Menschen. Also ein gewisser Anhalt, was mich in meinem Leben und was mich in meinem Sterben gründet und woran ich mich festhalten möchte in guten und schlechten Tagen. Deshalb, kleine Anregung für diese Tage, ihr lieben Leute, mal drüber zu gucken, welche Perlenkette an guter Spiritualität, an wichtigen Bibelworten, welche Perlenkette von Gebeten euch gut tut und leitet heute und morgen und euch vergewissert, dass Gott für euch da ist in diesem und im kommenden Leben.